Hallo und Servus, sagt Motorbiking Austria. Ich bin jetzt angekommen, meine erste Tagesetappe in Hardegg an der Theia und ich stehe jetzt hier auf der Theia Brücke und die Flussmitte bildet die Grenze zwischen Österreich und Tschechien. Es ist wunderschön hier, man sieht den Stadtturm, man sieht die Burg, ich werde jetzt dann mein Partie aufsuchen, also bin absolut begeistert, heute vom ersten Tag hier in Niederösterreich im Waldviertel in Hardegg an der Theia. Ich werde dann nur einen Rundgang machen, um auf schöne Bilder zu bekommen, damit ihr auch hier das genießen könnt. Bis dahin sage ich Tschaboba und Servus, euer Motorbiking Austria, grüß euch. Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.